Dieses Gleichungssystem soll keine Lösungen haben und die Frage lautet, also für welches K, ich habe hier diesen Parameter, Parameter sind immer ein bisschen gemein, für welches K hat das Gleichungssystem keine Lösungen? Und ich möchte es lösen, indem ich das als Geraden betrachte. Also wenn ich jetzt hier so ein Gleichungssystem, so ein XY-Geschichte habe und ich habe zwei Geraden, die parallel sind. So richtig parallel ist, nicht so ein bisschen parallel. Dann hat es keine Lösungen. Das heißt, ich werde dieses Gleichungssystem, dieses hier als Geraden, ich werde hier umbauen zum Geradensystem. Schieben wir mal das hier weg. So. Damit es eine Gerade wird, muss es umgestellt werden. Und zwar hier mache ich jetzt plus 3 und dann bekomme ich y gleich kx plus 3. Und das schaut doch schon so ähnlich aus wie y gleich mx plus t. Also jetzt verstehe ich das. Und an der Stelle mache ich dividiert durch 2 und dann bekomme ich ein y gleich 1,5x plus 4. Und jetzt habe ich hier ein System, das sind wie zwei Geraden. Also erste Gerade, zweite Gerade. Und die sollen parallel sein. Also für welches k sind die Geraden parallel? Und parallel, also für die Steigung ist m zuständig. Also die müssen die gleiche Steigung haben und die brauchen verschiedene y-Abschnitte. Also der y-Abschnitt, der wäre einmal hier 3 und einmal 4. Also das wird passen. Also die t sind gut. Für welches k sind sie parallel? Ja, wenn sie gleich sind. Also Antwort ist eigentlich schon da. Antwort k gleich 1,5. Bei k gleich 1,5 sind die echt parallel. Und damit, weil der t-Abschnitt verschieden ist und damit gibt es keine Lösung und wir haben die Aufgabe gelöst. Grüßt.